Herzlich Willkommen zurück, Leute, zum nächsten Ründchen Call of Duty Warzone. Das letzte Video, auch wenn es eher lustig als gut war, kam wirklich gut bei euch an. Deswegen vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe hier jetzt noch die gute Runde mit Sepp und Tim. Und ja, die ist am Ende trotzdem noch sehr witzig geworden. Nichtsdestotrotz war sie skillmäßig auf jeden Fall ein bisschen besser als die von letzter Woche. Solltet ihr diese verpasst haben, könnt ihr euch die aber auch gerne noch anschauen. Dann schaut also auf jeden Fall mal in meiner Warzone-Playlist vorbei. Als nächstes hätten wir was aus dem Lost in Warzone-Turnier für euch. Sofern ihr Interesse habt, lasst mich das gerne wissen. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Das war ein wirklich schöner Stream gewesen. Und ich hoffe, das kommt bei euch auch so rüber. Habt viel Spaß und los geht's. Also Sepp, wohin soll es gehen? Was haltet ihr von Crowley? Das ist doch euer Lieblingsspot, oder? Wollen nicht schlecht sein, wurde mir geflüstert. So, das ist einer von euch. Also hatten wir vielleicht nicht die beste Runde, aber da hatte ich ja auch technische Probleme und so alles. Die zweite Runde haben wir ja auch von da gestartet, also das war eigentlich okay. Aber die gute Runde haben wir aus Downtown, Promenade West. Ja, Promenade West ist mein Lieblingsspot. Also wenn du wirklich mal gewinnen willst, Sepp, also für Zukunft, dann gehst du da hin. Ja, sag mal. Und wohin? Blauer Marker. Was? Da ist ja nicht... Achso doch, da ist ja eine Brücke. Da landen Gewinner. Da ist wirklich alles. Wenn du die, die uns am Ende gekillt haben, die sind da gelandet. Ja. Oh, wirklich? Ja, ja. Also da kannst du nur gewinnen, wenn du dort landest. Also es fliegen auf jeden Fall noch ein anderes Team. Macht sich da auf Richtung Quarry. Ja, ich sehe es. Ach, Quarry war so eine gute MW2-Map, das war doch ein Klassiker. Ja, war es auch. Mega Spaß gemacht. Ja. Und du hast nach 100 Spielstunden immer noch einen neuen Spot auf irgendeinem Kackstein gefunden, wo du dich gar nicht verstecken kannst. Wie lange ich gebraucht habe, um dort diese... Da gab es das irgendwo so ein Grill ganz oben hochgestellt. Da war einfach so ein Grill mit einem Campingstuhl. Da war ich begeistert, dass ich dir das erste Mal gekämpft hatte. Oh, Tim, ich habe eine Waffe gefunden, die nach dir benannt wurde. Nils? Nee, Klassencloud. Wow. Das bin ich da. Hallo. Ja, das ist ein indirektes Kompliment, dass der Alu mich witzig findet. Das nehme ich so hin. Findet man den Klassenclown witzig, das ist die Frage. Doch, natürlich. Jeder findet den großartig. Ich glaube, nur er findet den großartig. Ja, das trifft auch auf alle Fälle zu. Ich nehme das einfach als Kompliment hin, der Alu. Ich glaube sogar über uns. Keiner ist low. Oh ja. Links von uns ist auch einer unten. Ja, hier laufen reichlich gegnerische Gegner. Was ist das für eine OP-Waffe? Welche? Was auch immer das für ein Sheet ist, der wird gemessert. Mach's das. Warte, dann steche ich trotzdem noch ab. Nice. So. Hier, Hotze, erwischt. Boah, was hat die Dünge? Ja, der hat schon mal die geile Worte. Meine Kiste. Where is everyone hiding? Die Waffe war echt nicht schlecht. Oh, ein Wurstmesser. Was hat er hier eigentlich für ein... Ey, hier sind noch voll viele Kisten und so. Für eine Garage. Ihr habt ja noch eine coole Waffe. Ja, das ist die, nehme ich. Das ist die RAM. Am Sieb. Mega cool. Hat doch nicht die, das... Boah, da ist doch Dirigent. Ne, da Schaffner ist hier. Ne, auch Dirigent. Ne, auch Dirigent hat das Kontakt. Warte, da steht ja nicht Dickicht. Kannst du dich nochmal wegwerfen, bitte? Warte mal. Warte mal. Warte mal, das ist die hier. Ach so, das... Dickicht. Ne, Dickicht. Das geile Dickicht. Im dichten Fichten Dickicht. Okay, haben wir gut aufgeräumt hier, finde ich. So, jetzt brauchen wir nur den Killauftrag. Ach so, den... Ich war... Also, wir sollten mal vielleicht schon mal reinschobbeln, wenn wir noch ein bisschen Geld haben. Wir können auch einen Airdrop holen. Holla, die Waldfee haben wir unfassbar viel Geld. Da ist ja Geld auf dem Weg auch. Da liegt noch Gold auf der Straße. Flash? Ja, moin, moin. Ich kill jetzt unseren... Ich hole jetzt unseren Dingens. Unseren Killauftrag. Mit dem Wurfmesser in den Himmel. Fände ich gleich. Und auf geht's, ja. Kann mir... Sepp, kannst du mir nochmal 4.500 legen, dass ich nochmal wiederkomme? Ach, nee, warte mal. Das ist alles. Warte mal, die Hälfte, ne? Ah, abgezogen. Hier, gib mal Geld, Geld. Wir werden beschossen, gib Semm schnell Geld. Warte mal, wie macht man denn die Hälfte? Gar nicht, einfach noch fünfmal links, mal linke Maustaste drücken oder so. Habt ihr etwas mit der Kohle gemacht? Hey? Hier, Tim, kriegst ein bisschen von mir. Faktisch. Wo bist du? Hier, hallo, grüß dich. Wir werden beschossen, jetzt nimm die Kohle. Ja, aber jetzt reicht immer noch nicht. Ja, Tab. Hier, hast du ganz viel Geld. Reicht das? Ja, ja, reicht locker. Da kommt auch noch ein Drop. Oh. Wir haben Schott. Wo ist denn meine Waffe hin? Die sind gerade an ihrem Drop da. Ach, die haben die dann in so eine Kohle geschmissen. Kommt ihr mit? Was, wohin? Ja, will man die nass oder nicht? Ach so, ja, da dann. So, hast du ne Wasserspritzpistole. Ich glaube, kann das sein, dass einer meine Sniper aufgesammelt hat? Nein. Also wirklich nicht. Hast du vielleicht den falschen Airdrop geöffnet? Also den... Von links! ...falsch Loaded angeklickt? Ich hab den Raketenwerfer gekriegt, also eigentlich nicht. Aber EOP. Ich hör einen Raketenwerfer. Was ist hier für ein Cluster-Streik hier? Er macht einen Chilling am Job. Hast du ihn? Ja. Hast du ihn? Was? Ich geh mal aufs Dach hoch, da war noch einer, oder? Hier fehlt noch das Ding. Hier rechts irgendwo war einer. Oh, ich bin einfach der krasseste. Da hab ich wieder einen. Los jetzt, Team. Äh? Jawoll. Der hat sich gejagt. Threat Alarmstufe Rot. Fred. Habt ihr noch Platten? Okay, hier oben ist keiner. Knoppt doch mal jetzt. Ja. Wo sind sie? Also ich hab ein ganzes Team gekillt, aber das Gegner hat die, die uns jagen. Ja, direkt bei mir. Aua, 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 aua. Ich hab keine Rüstung. Ich muss laufen. Ich nehm die Beine in die Hand. Ja, hab mich jetzt, Team. Raketenwerfer rein, da. Habt doch keinen Raketenwerfer. Ja, aber ich dachte, Sipf wird sie angegönnt. Kommt der hoch? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Schaut gut aus für mich. Ich brauch jetzt hier langsam Hilfe. Wir müssen die Freddy machen, ne? Da unten ist er. Hast du noch Platten, Sepp? Mein Gesicht. Einer versucht hochzukommen. Einer, was trefft. Der hat ein HP. Ja, nicht schlecht. Noch einer, keine Rüstung, ein HP. Nein, Mamma Mia. Ach, scheiße. Der letzte ist hier am Holzding. Ich war so cool. Nachladen. Nein. Ach, komm. Da waren noch zwei da. Ich hoffe, es gibt wenigstens einen Clip von dem coolen Move. Einer war unten. Hat den einfach gemessert. Ja, ich bin gelandet, hinter ihm abgestochen. Lass einfach, wir werden einfach gehen. Lass nochmal woanders hin. Tschüss. Aber da war eine gute Ausrüstung. Ja, wir kriegen ja unseren eigenen Arrow. Kriegen wir ja auch noch. Okay. Einfach woanders hin. Ey, da wo du wolltest. Hier, da. Nein. Tschüss, Tim. Schaut wirklich nicht so gut aus für mich. Ich habe auch irgendwie total komische Performance. Hör auf damit. Also nicht du, der Gegner. Ich habe jetzt schon mehr Käse an der Runde davor. Sepp, was passiert hier gerade? Entschuldigung, ich wollte dich gerade nicht verbrechen, Sepp. Ich klatsche jetzt, glaube ich, einfach auf den Boden auf. Alter, ich bin wieder im Rennen. Voll dabei quasi. Nein, da, Loom. Ich nicht. Hast du da noch was? Hier ist leer, Sepp. Ja, weißt du, hier ist eine Waffe, die ich gebrauchen kann. Hier ist leer, Sepp. Und er sagt erst mal, ist leer. Du kannst vielleicht noch was dran. Jo. Noch eine Waffe für den Team. Was, mit mir? Hallo, ich bin's. Wer ist Tim? Ich kenne nur Nils. Oh, die doofe Namen, die Waffen. Das ist ja insane. Also, wie heißt der? Spritzschutz. Was? Das ist eine Schottgarten. Was soll das jetzt heißen? Okay, unsere Ausrüstung ist da. Können wir uns. Das ist ja jetzt. Das ist eine Stellung. Du verlierst ja aber deine Ausrüstung, also deine Perks, wenn du gestorben bist, oder? Das ist korrekt, aber das ist in einem anderen Modus oder das ist immer so. Ey, hinter mir. Nein, Mami. Ja, guck, lieber hast du 4500 als Tim. PC müde, ja. Ohne Witz, PC ist wirklich müde. Schaut nicht gut aus für mich. Oh. Kim versau es jetzt nicht. Wir sind doch so gut im Rennen. Ich nehme die Beine in die Hand. Also, schneller geht nicht. Hörte auch doch mal an. Hier kommt einer. Direkt über mir. Da, Loh. Oben auf dem Dach. Ja. Oben drin. Mach den mal weg. Und einer auf unserem Loadout. Direkt hier. Unten. Den hat's erwischt. Das war natürlich doof, dass er sich den Loadout hat. Noch einer. Was'n' das? Schön gemacht. Okay. Mir geht's wirklich mäßig gut. Der eine hatte Pech. Also, der hat sich den Loadout geholt. Dadurch, dass er der letzte von seinem Team weiß, den Loadout weggegangen hat, hab ich ihn abgeschossen. Also, weil er in die Kiste weg war. Ja. Warte, ja. Natürlich ärgerlich. Brauch er Munition, Mann. So, wir brauchen, also müssen wir uns jetzt ein bisschen nochmal sammeln. Noch mal Platten. Eine Platte habe ich. Liegt ja im Bus. Merzi. Eine Platte ist im Bus. Merzi. Komm, nehmen wir die mit. So. Sniper, Rocket Launcher, neue Meta. Ja, Leute, habt ihr gerade gesehen? Nee, Rocket Launcher, Rocket Launcher ist mit. Das ist die richtige Meta, ja. Aber ich habe leider zu wenig Money, als ob ich den Rocket Launcher jetzt gerade weiter spielen kann. Noch eine Louis Bag gefunden. Reicht es, wenn wir Geld zusammenlegen? Ich habe 2k zum Abgeben, damit einer wieder respawnt. Hier, 2k liegen schon mal. Ja, Sepp kann nicht. Ja, aber so Cash. Ja, Cash. Da, Lu, ey, du grünsst aber auch. Ja, du brauchst jetzt noch ein 500er. Munitionskiste wäre auch noch ganz nice, aber... Ja, ich habe auch wirklich nichts zu verzeichnen, ja. Können wir... Hier sind auch ganz schön viele Killaufträge in die Richtung, ne? Das ist auch so. Ja, schau lieber, dass... Da kamen wir gerade her, da... Schau lieber, dass einer von euch die 4-5 vollkriegt. Und dass wir dann an Platten kommen. Tim, du solltest vielleicht mit deinem Geld Platten kaufen. Das ist ein Audi. Ich werde überfahren. Schaut nicht gut aus für mich. Der fährt zum Shop, oder? Ja, ich sehe es. Ja, ja. Einfach an sich vorbeigetogen. Hier unten. Er fährt über mich drüber! Oh mein Gott. Nein! Er fährt weiter. Sepp, kommst du zurück? Ja, ich wollte nur wissen, ob er weiterfährt oder nicht. Warum... Tim, warum bist du da hinten? Ich dachte mir, ich gehe... Zum Shop. Zum Shop? Du brauchst einen Platten. Ja, du musst Platten kaufen und dein Restgeld Sepp geben. Ja, okay. Kann man ja mal so machen. Ich habe 4 Sniper-Schuss und 30 Sturmgewehr-Schuss. Ja, Muni sieht scheiße aus. Nice. Sepp, hebt mal die Groschen da auf. Hey, das ist Kleingeld. Sepp, jetzt nimm da Platten noch. Ja, wenn da du mir nicht alles ansagen würdest. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß, ich gehe mal mit dem anderen. Also, ich sage es bis jetzt. Zwei waren auf dem orangenen Marker. Okay. Die sind jetzt wahrscheinlich direkt vor uns und machen es weg. Wöchte sein, ja. Die sind da immer noch. Die klettern da herum, wie wirklich... Hat keine Armor mehr? Doch. Und Wallbang, einer low. Wie ist denn das möglich? Und der, der keine Armor mehr hatte. Auf den Himmel achten. Hör drauf, was der Commander sagt. Der guckt nämlich alles an. Ah, sehe gar nicht. Echt? Die schaut denn hier aus. Der Sniper zurück. Ja, oh, oh, schaut nicht gut aus. Hat nen Hit. Wo ist er hin? Ein Schuss im Magazin. In dem Busch da drin. Ja. Oh, warte mal nicht. Das ist nicht schlecht. Ich gehe da jetzt hin und stürme die weg. Ja, ich auch. Mit meinen 30 Schuss im Magazin. Das wird ne wilde Nummer. Ein Mate geht gerade hin. Wirft ne Flash rein. Hast du ne Granate? Ne, hab ich nicht. Macht was wildes. Blanke noch Leads. Komm, hier. Ja. Gute Flash. Kommen sie ran her. Kommen sie ran. Können looten. Alter. Also irgendwas ist hier am Abgehen an meinem Rechner. Aber nix Gutes. Ich habe immer noch sehr, sehr wenig Schuss. Ja, ich habe auch wieder nichts. Doch, er ist Volldrive. Kann ich droppen? Ja. Hier. Danke. Sniper habe ich auch nichts. Das hatten die nicht. Sniper habe ich wirklich null Schuss. Ich kann einen einzigen Schuss gar nicht droppen. So. Es reicht noch nicht. Ich kann dir noch nicht das Geld geben, Tim, weil es noch nichts bringt. Alles gut. Ähm. Ja, versuchen wir es mal. Ich spiele nebeneinander noch Hearthstone. Deshalb habe ich so tolle Frames. Ja, fast. Ja, 300. 1,2 fehlen noch. Da fährt ein Buggy. Da fährt unser Ziel. Sepp, jetzt häng dich dann noch, also häng dich nochmal rein, was die Performance vom PC anging. Ja, ey. Wir gewinnen nämlich. Jetzt mach mal nicht schlapp. Tim, mir liegt Geld. Da habe ich Geld. Warte, hier. Zack. Oh, das ist aber gleich beim Fight nicht passieren, Leute. Äh, die Warzone-Experience, sagt du. Ja, ist das wirklich? Ja. Äh, an der TV, an der Fire Station. Einer down. Mach den da nass, schnell. Ja, am nächsten down. Und den noch, bitte. Lass ihn nicht umher. Du kriegst nicht um die Mauer. Der Letzte lädt noch ran an den Speck. Der Letzte, hol mal. Oh, Sepp leckt sich vor, das ist krass. Der läuft rein ins Gerät hier. Hat zwei, drei Hits von mir. Sepp leckt so krass, dass man ihn nicht treffen kann. Los. Ich lecke alles, was ich kann. Revived, revived im Haus. Ja, holen wir uns. Mach den nass. Mach das weg. Schick, Mac. Bann den weg. Hoch. T4. Komm wieder, jetzt müsst ihr hoch. Einer, keine Ahnung. Beide hoch, beide hoch. Sepp hier. Nein, der ist so. Der sind beide. Das waren noch zwei. Und da ist noch einer. Muss noch drei Sekunden durchhalten. Oder du hebst auf. Ja, ja. Also ich bin zumindest wieder da. Hä, da hinten sind. Ich glaube, die sind rausgesprungen. Da ist einer. Nee, wir haben auch revived. Wo ist Sepp? Ich fliege über die halbe Map jetzt. Tim, ich habe einen absoluten Mega-Mremium-Ruf. Schieß mal ein bisschen. Du musst noch ablenken. Das wird legendär. Ich habe unfassbar... Es ist ja so krass, was wir jetzt bespielen. Boah. Scheiße, die sind oben raus. Sepp, die haben meinen Plan jetzt. Ich habe einen. Ja. Ich habe so krass gespielt. Zack, hole ich mir erst mal einen Tarnanzug. Nice. Waren das alle? Ja, ja. Ich bin über die halbe Map geflogen. Nur für euch, Jungs. Ach so, wir sind schon tun. Die Zone kommt, ne? Ja, ja. Aber das will... Ich bin den Turm hoch und dann rausgesprungen. Mal aufpassen, ne? Die könnten theoretisch nochmal reingekommen. Die sind rausgegangen, nachdem das passiert ist. Ja, gib mal, Sepp, ein bisschen Cash, damit der respawnt. Äh, ja, alles gut. Ich muss ja nicht eher... Tim, Nils. 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 Nils, wo ist der Kürze? Nein, Nils! Ja, komm, schicken. Schon ist vorbei. Ja, der ist da nämlich wieder gelandet. Das war's. Das war's mit respawn. Ach komm. Du kleiner... Ach, mach den weg, Tim, komm. Ja, komm. Ja, ja, wir können ihn noch reho... Ach so, Moment, Sepp lebt noch. Ja, danke. Gib ihn auf! Oh, da kommt aber das gar aus. Habt ihr ihn gemacht? Habt ihr ihn gemacht? Ja, 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 wir haben top 10 in unserem Team. Der hat direkt einen Headshot. Der wollte da rauslaufen, aber direkt einen Headshot. Der hat mich noch nicht mal erspät gehabt. Alter, ihr seid zu gut. Der Headler ist hier. Also wir sind, wir sind, als wenn wir dreieige Zwillinge wären. Wir funktionieren wie... Warte, Sepp, warte, Sepp, ich geb doch mal hier Cash and Detach. Wie die 40... Reicht das schon? Nee, warte, hier und hier. Ja, ich nehm nochmal das, was ich hier liegen lassen hab. Das war aber auch zu wenig. Können Sie schauen, dass ihr wegen der Zone ein bisschen Action macht? Machen Hard Action, ja. Wir machen Action wegen der Zone? Die Zone frisst sich sonst. Hier, einer kann einsteigen, einer muss drauf springen. Ja, so. Das ist auch besser so, weil ich glaube, ich würde runterlegen. Kannst du nochmal den Shop markieren hier, in die Richtung, die ich fahr? Hallo. Ja, wenn ich mehr als zwei FPS... Nee, es muss noch einen anderen geben, rechts von uns. Hallo. Hallo, Team. Nee, wir müssen Speed Shop machen. Ey, ich mach gerade gar nix Shop. Aber was willst du beshoppen, ist die Frage. Platten auf jeden Fall. Wir haben alle nichts. Können wir noch zusammenlegen für noch mehr Platten? Ja. Ich bin schwer. Kann dir... Nee, es geht nicht aus. Das bin nicht reichend, Sepp. Beflassen, du, Sepp. Gar keine? Gar keine. Hast du überhaupt was gekauft? Nee, weil dann bin ich ja... Ich hab der welche gedroppt jetzt, Sepp? Ja, ich hab's... Sepp hatte nur 4500. Sepp zieht uns eigentlich allen... Hier, direkt geradeaus. Direkt geradeaus. Ja, hinter dem Hügel. Alter, gib mir mal mehr als 2 Fs. Einer hat wirklich low AP, die Grau lässt noch ein bisschen zu wünschen. Aber dauernd schießen lassen. Beide dauernd ihr die jetzt machen könnt. Tänzeln, ein bisschen tänzeln und dann... Sepp, nein. Erstmal Sepp, nein. Erlebt noch der rechts. Hinterm Busch? Ist er im Busch? Hast du die gefinisht? Einer, ja. Ist noch 44 Schuss? Irgendwo da. Er ist dahinter. Er ist Amtsstein. Ach komm ey. Einrüstung, erhit. Hinterm Zelt. Ey. Ich hol mir den mal eben für die Munition. Der läuft nach links weg. Das spammt wer Drohnen. Hier. Das ist okay, pass auf, mach safe, mach safe. Der ist im Audi. Ja, ja, wir haben massive Probleme. Lass den wegfahren. Sollen wir unser Geld wasten, weil den zwei Minuten eh kein Respawn mehr ist? Ja, mach mal. Wir haben einen Platten. Genau, Sepp, mach mal. Das könntest du auch erreichen. Ihr könnt, wenn du herkommst, also Platten kaufen. Ja, ja. Machst die Kohlen. Ja, bitte beruhigen Sie sich. Aber ich habe fünf im Inventar. Ja, mehr. Dann drop. Also kauf einfach. Dann nehme ich welche mit. Das ist Gas. Okay, ich habe Platten. Oh, Sepp. Ich kann nochmal kaufen. Nein, nein, Sepp, du bist runter. Du bist runter, Sepp. Ja, egal. Nimm mit hier. Hier liegen. Ja, wie viele soll ich noch fressen jetzt? Weiter jetzt, Sepp. Du hast gesagt, du nimmst mit. Ja, von Tim. Ich hatte fünf, habe ich die alte Platten nicht gut genug. Ich nenne dich nächstes Mal Tim und die Nils, dann haben wir das. Ja, ist okay, ja. Tim und Nils sind wieder unterwegs. Aber Tim ist nicht Tim, sondern Nils. Ach, herrlich, ey. Sind es da nicht einer am Baum? Äh, gar nicht. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, was... Also es scheint so, als wäre der Hintergrund bei mir noch etwas passiert. Geradeaus. Ja, schöner Live, Mark. Zwei. Zwei. Body hits. Armourpop. Down. Oh. Da ist leider kein Sniper. Ach komm, der T-Hit. Doch, hat er gedockt. Der hat Hit. Ja, schön, aber du hast einen Down? Ja, ja. Dann erst mal ein bisschen lockerfloppig reden. Der kriecht da durch die Gegend. Schönes Auto. Hier ist der. Wir müssen... Versuch dich rechts zu halten, Tim, damit wir hoch auf den Berg können. Einen habe ich eliminiert. Okay, hoch am Berg, Tim. Ja, Moment. Da kennst du dich doch eh aus, da in Österreich. Ja, ja. Bergsteigen kann ich. Er ist weg vom Fenster. Also einen. Der andere weiß ich nicht, wo der da hin ist. Wenn es gleich spiegelt, dann entweder schnell zurückschießen oder ducken. Ja, dann ist der Leiche. Das letzte. Gleiche. So, der Leiche riecht da. Koller ans Gleiche. Oh ja, ich werde beschossen. Scheiße. Ist das wirklich so? Ja, aber ich weiß nicht von wo. Also wurdest du beschossen, oder? Feindliche Drohne über uns. Ja, ja, ja. Feindliche Drohne über uns. Du musst den Berg weit hoch, Leute. Ja, ja. Ich muss den noch kurz Platten mitnehmen. Ihr legt noch eine Gasmaske. Ihr müsst den High Ground bespielen. Natürlich, ja. Okay, jetzt haben wir eigentlich noch ein bisschen Muni. Aber wir haben hier eh einen schönen Wanderweg. Ach, ist das hier hochromantisch. Oi, 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 das ist wie im Schwarzwald hier. Ob es im Schwarzwald solche Berge gibt? Ja, also so hoch ist das hier ja auch nicht. Das ist ja schon ein Brusel. 4.000 Meter quasi. Ja, wie weit oben ich bin. Guck mal, hier liegt sogar Schnee. Also das ist ja unfassbar hoch. Also hier oben meiner Hochguck hat der an. Wir sind nicht mehr der Zone. Wir müssen gleich ins Tal. Ich bin abgerutscht, Leute. Ey, komm ich mal den Bucker auf. Nein, wenn du die Karte nicht hast, kommst du da nicht rein. Gegner im Eis. Urmel. Wo? Live Mark. Der ist hinter dem Pillar. Ich seh den hier. Ja, das war's für ihn. Der ist weg. Nein, nicht wirklich bis hin. Von links ist er am linken. Oh, nice. Der down. Ja, ja. Down oder tot? Das ist ein riesiger. Ja, 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 jetzt down und tot. Down. Tim legt ein Handy da, legt ein Nokia vom Mikro weg. Also ich hab nichts. Das ist so wieder deins. Ich habe nichts. Da oben wird fleißig zurückgekauft, meine Damen und Herren. Hinter mir. Wie hinter dir. Ja, direkt auf mir drauf. Nein. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Kannst du dich aufheben noch? Nein, kann ich nicht. Sam, schieß einfach. Ablenken nennt sich das. Nee, nicht. Da. Rechts. Markieren, Tim. Down. Schön. Ich hole Tim. Bitte helfen Sie mir. Oh, ja. Ich gucke, ob er wirklich tot ist. Nils. Nils, du machst das. Ja, er scheint tot zu sein. Danke, danke, danke. Hab da gut gemacht. Ja, rein in den Loot. Du Mistkerl, ey. Ich gucke, ob man auch das... Oh, rein in den Loot. Oh, was denn da gibt es geschehen? Oh, ich konnte meinen Fallschirm nicht öffnen. Wir sind im absoluten Lowground. Das ist natürlich super gut für so ein Spiel. Quasi schon. Haben wir da schon einige Spiele mitgewonnen. Wollen wir da nach rechts durchlaufen? Also rechts rum zirkeln im Kreis einmal und hoch. Einmal rechts rum. Warte, hier ist eine Kiste. Willst du Raketenwerfer spielen? Nein. Raketenwerfer. Da hinten wird noch fleißig geschossen irgendwo. Ich gucke vor. Profisystem eingesetzt. Profisystem. Das ist schön rechts rum zirkeln. Nein, ich kann hier nicht die Bergziege bespielen. Ich rutsche ab. Stimmt, wir kommen da gar nicht hoch. Klar. Habt ihr das Kletterkit mit? Ja, hier, du kannst da mitgewonnen. Hier, geradeaus. Direkt einige gehen. Ich würde wirklich gerne da hochgehen. Ihr könnt hier hoch, ne? Einer down. Dann schafft. Hier, wo ich gepinkt habe. Aber ich schaffe noch gar nicht in der Zone. Ja, ich bin doch schon oben. Hier am Stein. Zieh mir jetzt, komm mit, bevor die Zone dich aussperrt. Nein. Och, du hast... Wie geht es nicht mal Stress? Nein, ich bin voll gerutscht. Ihr habt keine Stoppersocken an. Och, guck mal. Damit rechnet keiner. Wir kommen so weit außerhalb, dass sie denken, neue Runde. Zehn Leute noch übrig. Und davon sind wir drei. Jungs. Da war noch ein, gerade noch zum Teufel geschickt, aber der wurde revived. Das ist ja mal ein Move hier, den wir hier bespielen. Also auf dem orangenen Marker war ein komplettes Team. Wo? Grün. Müssen wir aber aufpassen, welche Fights wir nehmen, ne? Also wirklich careful picken. Wenn ich einen See schieße, ich... Da ist er. Wird abgeknallt. Wo ist er denn? Ich sehe da Schüsse, aber da sehe ich nur MW-2-Matsche. Aber die kommen... Die Schüsse kommen hier aus dem Ding raus. Es fängt langsam an zu legen. Performance sinkt. Ich würde eher nochmal Richtung Orange halten, ehrlich gesagt. Ja, ja, chillen, chillen. Weil die da drin, die können wir eh nicht verhalten, vernünftig. Die können sich immer wiederholen. Biggie-Biggie-Style, sozusagen. Ich guck mal auf dem Heartbeat-Sensor. Ah ja, alle tot. Scheiße, wir sind hier sehr mittig, irgendwie schon. Ja, aber von hinten kann jetzt... Also wenn jetzt noch einer von hinten kommt, hat der noch einen besseren Move gespielt, als wir. Da, hier, gerade aus. Da, hier, gerade aus. Lass mal gucken. Kein Hit. Markier nochmal. Ah, jetzt, ja. Wunden in der Tür? Okay, okay. Es sind nur noch zwei Teams. Das ist das letzte Squad. Ein Idiot würde jetzt pushen. Mir nach. Nein. Och, wir geben den Heifern auf. Blieb es doch hier hin. Ohne Pose wird aufgegeben. Alles wird aufgegeben. Als ob er das tut. Sepp, du musst die outplayen. Als ob er das tut. Hier bei mir. Hab mich. Slow. Ich bin tot. Noch einer down, die da. Der letzte ist auf meiner Leiche. Jetzt mach den da weg. Sepp, da ist noch einer. Einer ist rechts bei mir direkt. Auf deiner Leiche? Oh, Sepp ist der letzte. Oh Gott. Sepp gegen den Reichen. Einer rechts unter dir. Direkt unter dir. Zwei. Ne, nur einer. Oh, da habe ich den angesagt. Und Sepp sieht den nicht. Du hast gesagt, genau auf meiner Leiche. Ja, du. Ja. Und wann hört man auf mich? Du hast gesagt, da war noch ein anderer auf der anderen Seite. Ja, war ja auch noch einer. Ich dachte, du hast zwei gekillt, Nils. Das kann nicht sein. Ich habe einen gekillt. Ne, kann doch nicht auch nicht sein. Aber pass auf. Das war folgende Geschichte. Ich habe einen gedownt. Der ist zurückgebrochen. Ich bin dem hinterher gepusht. Der in der Zwischenzeit hat einer den anderen revivet. Ich habe den anderen gedownt. Der andere war wieder im Leben. Ja, das klingt unglaubwürdig. Ja, genau. Das klingt nicht nach einer wahren Geschichte. Genau so. Der Kinder-Maxi-King hat gewonnen. Ja, da konnten wir auch nicht gewinnen. Ich war eine halbe Sekunde zu langsam, leider. Ich fand die Runde super gut. Das war eine richtig gute Runde. Also ob Sieg oder nicht, das war super witzig. Zeig doch mal jetzt hier das Scoreboard. Auf was warten wir denn? Hallo. Ich will das Scoreboard sehen. Wie kommt man denn da hin jetzt? Wie viele Kills haben wir? Zu viele. Das ist ja eine Frechheit. Wenn du Zweiter wirst oder Erster wirst, escape kann man nicht drücken, chat. Ich weiß, das ist ja kriminell. Wie viele Kills hattet ihr? Ich glaube, ich hatte acht oder neun. Und dann Sepp? Ich hatte, glaube ich, sieben. Ja, hättest acht haben können, hätten wir gewonnen. So. Aber bei solchen Calls, ja, dreh dich um und dann bist du in den Rücken geschossen. Ich höre nach dem Rücken. Ihrleye-